Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Seit dem berühmten Billenknick Mitte 60er Jahre waren in der Schweiz Geburtenzahlen rückläufig. Der negative Trend hat sich jetzt aber erfreulicherweise geändert und unsere jungen Familien sorgen dafür, dass es mit dem Wachstum der Schweizer Bevölkerung wieder aufwärts geht. Im Schnitt kommen bei uns jeden Tag 230 Kinder auf die Welt und zwar sind Buben im Moment ganz leicht in der Überzahl. Auch die Ernährungsgewohnheiten haben sich gegenüber früher geändert und die Mütter kaufen heute weitgehend Fertigmahlzeiten. Das aus verschiedenen Gründen. Zum einen sicher wegen der zeitsparenden und praktischen Zubereitung. Dazu kommt aber, dass die Babymahlzeiten den Eltern die Sicherheit geben, dass ihre Kinder ausgewogen und abwechslungsreich und dem babygerechten Geschmack entsprechend ernährt werden und alles bekommen, was sie für ihre gesunde Entwicklung brauchen. Die Hersteller und ihre Partner aus der Landwirtschaft legen nämlich grössten Wert auf Qualitätssicherung und überwachen schon den Anbau von Gemüse und Früchten mit strengen Kontrollen. Sofort nach dem Ernten werden die Rohstoffe schonend verarbeitet, damit die natürlichen Vitamine und Mineralien erhalten bleiben. Ein grosser Teil der jungen Mütter, genau gesagt rund ein Drittel, kauft Babynahrung bei GOP. Es hat sich nämlich umgesprochen, dass bei GOP die bekanntesten Vertrauensmarken erhältlich sind und zwar zu Preisen, wo das Haushaltsbudget nicht auch noch unnötig belastet. Eine von diesen führenden Marken ist Milupa. Diese hochwertigen Brei-Mahlzeiten sind den idealen Übergang nach der Stillzeit, also nach dem dritten Monat, weil sie auf der Basis von Milch hergestellt werden und sich darum besonderes gut für die Ernährung von Kleinkindern eignen. Die Zubereitung ist denkbar einfach. 5 bis 6 Esslöffel Milupa in heisse Wasser einstreuen, umrühren, fertig. Milupa gibt es als Milchbrei mit Früchten, mit Südfrüchten und mit Gemüse und es ist natürlich in allen unseren Läden erhältlich. Auch wir Erwachsenen brauchen manchmal einen Muntermacher, der uns ein wenig auf die Rabe bringt. Am besten einen kräftigen Espresso. Zurzeit kann man mit dem Espresso trinken gerade noch einen flotten Flitzer gewinnen. Die Teilnahmebedingungen ohne Kaufzwang finden Sie an den 200 Gramm Gläsern von Nescafe. Möchten Sie auch einen? Die Frage lässt sich sicher mit Ja beantworten und darum zwar Nescafe Gold trinken, aber nicht lange warten, sondern den Wettbewerbscoupon mit der richtigen Lösung an die Nestle schicken. Zum feinen Kaffee passt natürlich am besten ein feines Biscuit. Ganz neu gibt es jetzt bei Coop Arni Premio Biscuit-Linie mit einem attraktiven Auftritt. Offerieren Sie sich doch einmal das zarte Engadina Honignussgebäck und lassen Sie sich von der besonderen Baumnuss-Garmel-Creme überraschen. Keine Überraschung sind unsere neuen Aktionsangebote. Diese sind günstig wie eh und je. Ein Kilo Uva Italia Trauben kostet bei Coop nur 1,80. Und 4 x 1 Liter Eistee oder Eistee-Light nur 2,60. Acht verschiedene Schalen Wisskas Finesse nach Wahl gibt es für nur 5,60. Ausserdem offerieren wir Ihnen einen warmen Damenpulli mit Rund-, Steh- oder Rollkragen für einmalige 35 Franken. Zum Schluss noch ein Hinweis auf die Dienstleistung von unserem Coop Restaurant, den Sie vielleicht noch nicht kennen. Achten Sie doch bei Ihrem nächsten Besuch auch einmal auf das Angebot der Woche. Wir verwöhnen Sie nämlich abwechselnd mit feinen Spezialitäten zu besonders günstigen Preisen. Diese Woche zum Beispiel mit einer Zwetschgewehe für nur 1,80. Viel vergnügen also in Ihrem Coop Restaurant und auf Wiedersehen bei uns im Inforama. Sie sehen dann unter anderem einen Beitrag über eine transparente und samtweiche Strumpfhose, die Avila Magic, die neu bei Coop erhältlich ist.